Viertel ab drei haben wir es, das ist SRF 1, was Sie hören an dem Montagnachmittag. Und I care for you, so heisst eine Crowdfunding-Plattform im Internet, die ist seit einem Wochenende aufgeschaltet. Crowdfunding, das ist ganz kurz erklärt, so etwas, dass sich viele Spender sich zusammentun mit kleinen Beträgen für eine Sache. Mit Crowdfunding sammeln zum Beispiel Sportler Geld für den Wettkampf, Musiker, um eine CD aufzunehmen. Und jetzt gibt es neu auch Crowdfunding, eine Plattform im Internet für Hilfsprojekte. Hinter diesem Projekt steht Roland Schanneret, den man noch als Kopf der Stiftung Glückskette kennt, wo er ja lange war. Schon zu Zeiten noch bei der Glückskette, da hat er gemerkt, dass es noch ein solches Projekt braucht, sagt uns Roland Schanneret und bringt gerade auch Beispiele. Immer wieder werden Glückskette-Zeit Anfragen bekommen und Angebote von kleineren Hilfswerken. Er hat gesagt, wir kennen dort jemanden, wir könnten dort auch noch an der Schulklasse helfen und so. Und dort mussten wir meistens Nein sagen, weil das einfach nicht den Kriterien von Glückskette entspricht, auch nicht ganz der Dimension. Und ich habe manchmal fast ein bisschen gelitten drunter, dass wir dann Nein sagen müssen. Und jetzt konnten wir doch so etwas schaffen. Wir können jetzt vor allem kleinen Hilfswerken helfen. Es ist auch so für kleine, aber nicht gegen grosse. Ja, und die Internetplattform I Care For You, die hat im Moment 14 Projekte, die sie für sein Geld sammeln, zum Beispiel für ein Therapiepferd für eine Blindenschule, für Wullen für Frauen in Peru oder für eine Fussballmannschaft für Strassenkinder in Äthiopien. Das sind also ganz unterschiedliche Projekte. Bei der Auswahl von den Projekten schaue die Stiftung auf die drei Grundsätze der humanitären Hilfe. Das heisst erstens mal, es hilft zur Selbsthilfe. Also man hilft nur mit den Betroffenen selber und nicht über die weg. Ein zweiter Grundsatz ist die Nachhaltigkeit. Was passiert, wenn das Geld mal versiegt? Also nicht nur mal fährt man so ein Projekt an, wie hört man vielleicht bis so einmal wieder auf, ist eine Frage. Und ein dritter Grundsatz heisst, «Do no harm», das heisst, nicht bestehende Konflikte verstärken oder neu provozieren. Und das kann schon nur sein, wenn man es gut meint und vielleicht in der Schulklasse ein Kind unterstützt, auch das Paterkind und auch die anderen nicht, dann macht sich das Paterkind zum Teil schon bereits wieder unmöglich. Ja, bei dem guten Willen, der sei schon da. Aber wie er gerade gesagt hat, Roland Schandri, ist nur gut gemeint, etwa das Gegenteil von gut. Wichtig ist, wer Geld gibt, der will natürlich wissen, was damit passiert. Da allerdings sind die Möglichkeiten von «I care for you» begrenzt. Also das kann man natürlich nicht beliebig kontrollieren. Irgendwo muss es ja auch eine Glaubwürdigkeit geben von diesen Leuten. Man wird sicher nachher fragen. Ich stelle mir vor, dass solche Leute vielfach ihre Projekte, die sie haben, in Teilprojekte, aufgliedern und vielleicht wiederkommen und wieder etwas Neues wollen. Also müssen sie auch schauen, dass sie einen guten Namen behalten. Also von dort her gibt es natürlich eine Kontrolle, die nicht bis zum letzten Jahrtag alles untersucht werden kann. Aber wir werden vor allem auch Projekte, die in der Schweiz sind, natürlich auch selber zum Teil besuchen. Und was ganz klar dazugehört zum System von Crowdfunding, dass der Spender ein Dankeschön kriegt, wenn er etwas gegeben hätte. Ja, also man geht davon aus, dass die Dankeschöns in der Regel vom Ort selber herkommen. Also ich nehme an, dass man zum Beispiel wird eine Kinderzeichnung bekommen, wenn man eine Schule unterstützt hat in Afrika. Also es wird auch gesagt bereits auf der Plattform, was man bekommt als Gegengeschenk. Und das ist bei grösseren Beträgen sicher nicht einfach ein Dankeschön und ein für Geld zu Gott. Das ist ja dann auch wieder eine Art Kontrolle, sagt uns Roland Schanri, der mit «iCare4u» eine Internetplattform ausgezogen hat, der Geld sammelt für verschiedene kleine Hilfsprojekte.